Moin Moin und Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Vaporum für die Switch und ja, wir erklimmen langsam den Turm hier und gehen jetzt direkt in die dritte Etage. Schön, dass ihr wieder beim Ladescreen dabei sein wollt. Dann kann ich euch gleich mal erklären. Ich habe jetzt ein paar Sachen bekommen, ein paar haben mich angeschrieben, sogar über Twitter. Ja, wir machen es weiter und wir gucken einfach mal, wie es geht. Ihr dürft auch gerne Kommentare hier bei mir ablassen bei YouTube und müsst mir nicht über Twitter anschreiben, du musst auch nebenbei, aber okay. Gut, wundert mich sowieso, dass mich einige weiter kennen, denn da bin ich glaube ich irgendwie, habe ich glaube ich 26 Follower, wenn hier so ein bisschen über 1000 sind, aber naja, so ist es. So, wir machen uns weiter dran, diesen Turm zu erobern und ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich muss mal gucken, wenn die Waffe mal kurz wechseln, wir gehen mal auf Schwert und eine Pumpe. Kann ich genau wissen. Heimgesucht, okay, so heißt das hier, Heimgesucht. Das letzte Ding, was ich töten, es wirklich nicht so menschlich sah. Es gab Fisch, ja, aber es gab Stahl und was auch das blaue Sachen war. Dieses Ort fühlt sich so ähnlich, aber es gibt keinen von der Berman und Scrap-Me-Tinn-Männern. Ich kann aber nichts machen. Mal weiter. Was ist das da vor uns? Eine Tür? Wie lech ist fliegt. Ah, wie lech ist. Ah, Mist. Was war noch fliegt hinter mir? Scheiße! Oh nein, oh nein, oh nein. Hätten wir mal vorgespeichert. Gut, wir fangen ja direkt wieder hier an. Nicht das Problem, aber da müssen wir schon aufpassen. Da kommt direkt ein Vieh von hinten noch. Was natürlich wirklich blöd ist. Gleich schon gestorben in den ersten fünf Sekunden. Es war wirklich nicht so menschlich. Es war Fisch, ja, aber es war Stahl und was auch immer das blöde Stahl war. Dieses Ort fühlt sich so nah an, aber nichts von den Bermanen und Scrap-Meet-Tinten-Männer tun. Ich muss ein bisschen laufen hier. Wie ich jetzt kommt, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall sehr stark in seinen Säure-Angriffen. Da müssen wir schon aufpassen. Nein! Scheiße, sind wir runtergegangen. Das war natürlich dumm. Da wollen wir nicht hingehen, wenn wir nicht mal wieder hochgehen. Na gut, kann passieren. Wie dumm war das denn? Muss aber wahrscheinlich das ganze Level noch mal laden. Wir müssen wieder hoch. Ja, hab ich nicht drüber nachgedacht. Gut. Den müssen wir jetzt irgendwie anders in das Gefecht setzen. Vielleicht mit einem Elektroschocker oder so. Mal gucken. Ah, Feuer ist offen. Okay, ist natürlich uncool, dass wir jetzt noch eine Säure verlieren. Wir verlieren sehr viel Leben, aber... Wir können auch wieder... Wollen wir wirklich so sterben? Das ist doch scheiße. Pass auf, wir laden das noch mal. Ach scheiße, muss ich jetzt anfangen. Aber... Na gut. Na, haben wir jetzt gleich ein Ding wiederbekommen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall... Können wir auf jeden Fall reparieren. Machen wir mal... Ärgerlich. Na gut, aber... Wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wo ist der bewacht hat da? Alles war das, ne? Genau. Okay. Da muss irgendwas drauf liegen. Jetzt mal gucken, ob er... Irgendwas finden. Obwohl, vielleicht muss man auch nichts drauf drücken. Vielleicht reicht es auch, diesen Schalter umzulegen. Und dann... Bleibt die Tür offen. Okay, okay. Und wir sprechen zwischendurch? Kennen wir es ja. Oh. Ich bin schon wieder fest. Ne, gerne, haut uns nütten. Ah, das geht doch gar nicht. Was war auf den Arsch? So. Nochmal. Also es kommt noch ein anderes Gegnerviech da. Der sitzt auch schon in der Ecke. Den sieht man ja auch schon. Ähm... Ja. Man. Das fiel zu viel ab. Ach man. Gibt's doch gar nicht. Wie machen wir die denn kalt am besten? Mal gucken. Was haben wir noch? Irgendwas dabei. Was anderes, was ein bisschen härter ist. Also unsere jetzige Waffe. Wie Schaden macht die? 25. Wann dafür ein bisschen mehr Schaden macht? 30. Wie Schaden mehr machen die nicht, ne? Ah. Okay. Ja, gucken wir mal. Wir müssen abwarten hier. Ja, komm. Ich hab das Spiel daneben gehabt. Ah. 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 Also ich wieder ordentlich Leben verloren. Wir haben auch kein anderes extra Leben mehr oder so. Letzend ist. Aber. Können wir hier irgendwas, was wir brauchen können? Irgendwann einen Schlüssel? Ein rostiger Schlüssel? Nehmen wir alles mit. Ja. Ja. Ich habe mit Schallaufnahmen des, äh, Fumium-Kerns experimentiert. Und, Mann. Dabei habe ich ein paar wahnsinnige Resultate erhalten. Pflanzen und kleine Tiere gehen auf absurdeste Weise auf die Klinge. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Man könnte fast glauben, dass der Kern ein Eigenleben hat, wenn sie mich dort unten nur einmal in seiner Nähe lassen würden. Darf er wahrscheinlich nicht. So. Nix geheimes hier. Verspeichern tun wir trotzdem einmal. Ach, ne Karte. Gut. Das war alles und da in der Gegend. Also können wir uns den anderen Weg mal zum Nutze machen. Mal. Immer speichern zwischendurch. Immer speichern. Mal sehen, wie schnell man hier drauf geht. Mal sehen, wie schnell man hier drauf geht. Mal sehen, was du sollst. Ach, Gott sei Dank. Wir sind ein Level-Up. Sehr gut. Passt gerade zur rechten Zeit, muss man auch sagen. Aber so ein extra Ding ist auch nicht schlecht. Ein Schaltkreispunkt. Mal gucken, wo wir den einsetzen wollen. Von oben. Oh, Schaltkreise wieder. Ähm. Servo-Unterstützung. Unsere Waffen machen wir ein bisschen höher machen. Gibt es denn da so noch? Jeder Rang erhöht den Schaden von Klingenwaffen. Vielleicht besser, wenn wir hier nochmal höher gehen, oder? Machen wir einfach mal. Sehr gut. Wir liegen. So. Darf ich auch ordentlich Schaden machen eigentlich, ne? Na ja, so richtig viel macht es auch nicht. Also. Natürlich mit dem, mit dem, mit dem Anagra natürlich schon, ne? Echt, Genauigkeit, Klingen. Impression. Ja. Waffenschaden plus 45. Waffenschaden klingen plus 60%. Ah, es ist schon nicht schlecht, aber. Schauen wir mal. So. Wo sind wir jetzt hier? Also, wir können da auf jeden Fall weiter. Aber können wir auf jeden Fall irgendwie rüber. Müssen wir vielleicht eine Kiste hier reinschieben. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Auch nicht. Okay. Hier nochmal. Ah, hier ist ein Schalter. Ah, hier ist ein Schalter. Ah, hier ist ein Schalter. Okay. Ah, jetzt kann man da längs. Gab es noch einen anderen Weg hier? Das ist gar nicht. Hab ich gesehen jetzt. Hm? Jetzt kann man den Weg. Hä? Hier war nichts, ne? Ah, ist schon was anderes, wenn man so gehen muss, ne? So. Hier längs. Ah, okay. Gut, gut. Ach, Mist. Nein! Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, gibt's doch gar nicht. Wie drehe ich mich anders? Ah! Ah! Mist! Ah! Blödsviecher! Das war schon deutlich mehr Schaden. So. Blödsviecher, ne? Die sind überall diese kackten Dinger. Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Mach' mal rein! Wollen wir alles mit? Wollen wir alles mit? Wollen wir an? So, was ist das denn hier für ein Licht? Aktivieren, um deine technischen Fähigkeiten permanent zu verbessern. Plus eine Technik. Oh, das machen wir glatt. Gut. Ähm, hier haben wir einen Backstein noch, den können wir nochmal benutzen. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe herausgefunden, dass ich pregnant bin. Markus und ich werden ein Baby haben. Oh, ja. Ein Baby. Wo müssen wir denn hin? Wir werden ganz zurück und dann nach links? Scheinten, ne? Hier haben wir alles abgegrast soweit. Aber trotzdem. Ein Kind hier in der Tower. Ich bin nicht sicher, wie ich das fühle. Ich werde es von den Effekten des Fumium. Ich bin nicht sicher, dass wir wirklich wissen, dass wir überhaupt nichts wissen, über die Macht oder die Macht. Ich bin ziemlich sicher, dass... ... dass wenn es sich gefährlich ist für die Baby, Markus und ich werden zurück in die Kapitel. Wir werden eine Familie, und das ist viel wichtiger, als irgendwelche Forschung oder die Begriffe aus dem Bureau. winced. Danke, du Arsch. Ach, Shit. walls and men na gut also wir gegen säure geschützt wahrscheinlich ok das ist wirklich blöd ist ganz schön viel leben gekostet das wird wahrscheinlich so ein säure ding sein das gibt die langen umgebung ausströmen ja ich mache ich einmal trotzdem auch wenn es gefährlich ist oder jetzt die tür ist ja auch die einzige tür und die wohl auch nehmen das blössel haben wir bekommen den rostigen hier irgendwo nochmal aufspalten von gestapelten gegenständen in dem fall dass du nur einen einzigen schatz am stapeln drücke und zu öffnen und z ok machen wir jetzt wahrscheinlich an den stein so ein gut ok 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 Wenn man sieht, das Leben wird nicht mehr und das ist auch irgendwie ziemlich scheiße. Das überleben wir nicht. Okay, da müssen wir anders vorgehen, die können wir nicht alle auf einmal töten. Irgendwie anders vorgehen, nur wie ist die Frage, ne? Okay, warte mal. Okay, die einen haben wir gekillt, haben wir nur 28 Leben. Das ist sowas wie fast unmöglich. Wir speichern aber trotzdem. Wie finden wir noch irgendwie? Warte mal. Das ist nur um meine Energie aufzufüllen, ne? Macht das nicht wirklich Sinn? Obwohl doch, machen wir mal. Dann können wir vielleicht zwei, drei Gegner noch mit in den Tod reißen. Aber irgendwas, was ein bisschen mehr Schaden macht. Das haben wir leider nicht. Bloß keinen Schalter berühren. Aber wir kommen längst wo hin, ohne nicht auf den Schalter zu drücken. Und gleich noch so ein blödes Viech. Okay, ist das dumm? Ja, okay. Müssen wir anders regeln? Äh, ärgerlich. So, welche Gegner kommen da denn noch? Gucken wir uns erst mal den Gegner an hier? Ja, warte. Den kriegen wir. Ah, okay. Den müssen wir... Den müssen wir anders killen, warte mal. Das muss auch irgendwie schon machbar sein noch. Ich weiß, wir haben zu wenig Leben, aber trotzdem. Was ist da drin? Ein bisschen Leben Boah Boah, noch mehr Leben Das ist natürlich nicht schlecht Puh, die müssen wir leider auch benutzen War noch nicht Aber wir können schon mal speichern So, jetzt haben wir wie immer zwei Dinger schon mal geplündert Und irgendwie auch geschafft zu überleben So müssen wir das Säuremonster noch irgendwie schaffen Weißt du, können wir hier noch ein bisschen weitergehen Okay, da ist so ein anderes Viech drin Kann ich denn von hier? Ne Auch nicht, ne Schade Vielleicht kann ich mit den Blitzen töten Warte mal Lamm das mal auf Wenn wir die mit den Blitzen von hier drin töten Das wäre natürlich nicht schlecht Also nicht ganz töten, aber zumindest ein bisschen Obwohl, das ist ein Blitztyp da vor uns, ne Oder? Ich weiß nicht, erstens mal Ah, das macht natürlich nicht viel Schaden Gerade schade Warten bis das Feuerding mal wieder Läuft Habt jetzt noch ein bisschen Also ich würde jetzt nicht da reinrennen Auf diesen Auf den Knopf drücken Aber dann haben wir die auf jeden Fall Direkt an den Hacken Die Tür wird wahrscheinlich nur aufgehen Wenn Die Gegner alle gekillt sind Mh Müssen wir gucken Oh, da gibt es noch hier irgendwas anderes Ich, ne Kann das echt nur das machen Da, jetzt ist das Feuerding heile Probieren wir mal zu killen Wollen wir mal das jetzt Lüten auf nicht drücken Da Versuchen wir mal mit Feuer zu killen Wie geht das, klappt das ja Ah, es geht nicht Ach, es geht nur nach vorne Ah, okay Ah, es geht nur nach vorne Ah, guck mal, die anderen haben wir getötet Ah, guck mal, die anderen haben wir getötet Wollen wir die auch kümmern? Oh nein Böder Spaß Ja, das merkst du ja schnell So, noch so'n Noch so'n Heilgerät Das benutzen wir gleich auch mal Sollt ihr schon mal einmal voll sind Dann speichern, wenn's voll ist Aber nicht ganz so Hilflos mehr, würde ich sagen, oder? Mann, Mann, Mann Schon crazy, die Typen Muss man echt vorpassen So Munition haben wir noch genug Mal gut, eine bessere Waffe finden Ich glaube Weichern wir mal Okay, kann man da reinschieben Brach das, weiß ich nicht Geht's nicht weiter Geh mal da so die Holzkiste hin Oder? Und ein Loch rein? Nee War ja nicht reinschieben Hier ist die Tür und hier ist ein Schalter Die Karte Mhm Gibt wieder mehrere Wege hier Nein Ich bin schon ein Gegner Oh, wir machen so kalt Okay Ah, langsam lernen wir so'n Oh Ach, scheiße Ach, scheiße Da war ich nur so kalt, lief ich ja Weil anders Da kann ich noch nicht her Direkte Kampf bringt nicht so viel bei denen Aber so geht's ja auch Es war ein langweiliger Kampf Muss man zugeben Aber Wir brauchen auch ziemlich viel Munition Muss man sagen Alter, wie steckt das drüben ein Ich muss schon mal drüber sein Das soll ja irgendwie auch ein bisschen Volonung drin sein, oder? Wenn der schon so viel einstecken kann Gucken wir mal wie man Dings Mal steigern Unser Ding ist hier Okay Okay Ah Na halt los Komm schon Sehr gut Jetzt sind wir noch lange Daten ein Ich brauche einen Silberschlüssel Ich brauche einen Silberschlüssel Brauchen wir Ja Reichern wir mal Silberschlüssel finden wir schon noch Das ist eine Kiste, aber es sieht wie eine Falle aus, oder? Reichern mal Ist auch anscheinend keiner Okay. Alter, wie viele Vieh sind das? Nein. Oh, ich kann die abschießen lassen mit diesem Vieh hier. Ah, guck mal, das Ding schießt die für mich ab. Das ist natürlich sehr cool. Wurzertig uncool, da werde ich jetzt wieder so viel Energie verloren haben, aber mal überlegen, den können wir ja auch nicht platt machen eigentlich, ne? Braucht so lange. Ich weiß nicht, ob wir den platt machen müssen. Wir machen es einfach mal. Komm. So. Weit viel Leben, ne? Super. Super. Geht doch gar nicht. Geht die gar nicht kaputt? Kann natürlich auch nicht kaputt gehen, aber wenn ihr Leben verliert, musst du auch kaputt gehen können, oder? Ja, definitiv. Schießen nochmal. Schießen nochmal. Schießen nochmal. So. Geht so ein bisschen. So. Geht so ein bisschen. Ich glaub, haben wir eine silberne Schlüssel. Geht das aufmachen. Wir können auch mal kurz hingehen. Geht wieder auf. Hier noch was drin. Da kommen die Gegner raus. So. Hier ist es immer Schlüssel. Decken wir mal rein. So. Ich würde sagen, ab hier machen wir eine Palette. Pause. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Würde mich freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.